Ja, hallo Leute, hier noch einmal euer Doso für dieses Wochenende. Wir haben dann noch einen Kanal, den wir vorstellen in der Reihe Kanalvorstellungen, nämlich den Fiziking, ja? Gucken wir doch gleich einmal. Fiziking, das ist der Kanal. Die Jungs sind dabei seit dem 16.12.2010, ja? Eine Schweizer Partie, ha, cool, ja? Und haben sogar mehrere Video-Playlists zur Auswahl. Let's Play, so wie ich das sehe. Battlefield 3, Fallout, WoW, Seven Skyrim, echt cool. Und sie haben auch, was ich besonders bemerkenswert finde, einen Wochenplan, wann sie was hochladen hier. Cool, echt, ja? Und die machen das auch, seht ihr? Zwar hin und wieder bei Aussetzer, ja? Aber, ja, die machen das recht toll hier. Ja, haha, ich bin sonst ein Fan von Fallout, also habt ihr mich schon gewonnen. Schauen wir mal weiter hochgeladen, wie das waren das angesagt, wie das ansehen. Schauen wir hier mal rein. Ja, da ist ja schon einiges vorhanden. Extrem toll drauf. Ich schaue mir die Playlist, was da jetzt vonstatten geht. Noch einmal, Playlist Favoriten. Skyrim Mods, Skyrim Dragonborn, Fallout. Aha. Was ist da mit WoW? Skyrim. Livestream Specials und Skyrim. Minecraft, Minecraft fehlt mir da irgendwo. Und WoW? Sehe ich das jetzt nicht? Egal, ja. Kurz mal in Feed reingeschaut und die sind ja auch recht flott hier. beim Abonnieren und Kommentieren. Ja. Kommentare, schauen, was da reinkommt. Aha. Noch nichts. Okay. Ja, dann gehen wir einfach gleich einmal weiter zum Vorstellungsvideo. Leute, ich wünsche euch viel Spaß. Haut da ein paar Kommentare rein. Schaut da mal rein. Vielleicht gefällt euch was. Ich denke schon einmal. Und ja, richtet ihnen bitte schöne Grüße aus, weil die Jungs haben vergessen zu abonnieren. Wie soll die dann auch wissen, dass ich ihr Video jetzt da hochlade? Finde es ein wenig witzig, aber egal. Ich mache es ja nicht nur für meine Abonnenten. So soll es ja nicht sein. Viel Spaß. Euer Toso. Ja, hi Toso. Hier Fiziking. Ich mache mit meinem Kumpel Imeria 100 Let's Plays und Togethers. Das heißt, auf meinem Hauptkanal Fiziking laufen Projekte wie Montag Battlefield 3 Together und Minecraft, Dienstag Fallout 3, Mittwoch Samp Together, Donnerstag WoW, Freitag Skyrim und Samstag Livestream Specials und Skyrim. Und Sonntag auch noch Skyrim. Bei meinem Kumpel Imeria 100 laufen Specials wie BF3 Battles, Trash Glitches und auch noch Tutorials von Programmieren oder Minecraft Mods vorstellen. Und ja, wir werden uns so gut wie möglich an diesem Ablaufplan halten und das immer auch so regelmäßig hochladen, dass da einigermaßen Anbieters hochkommen. Und ja, wir wollen eigentlich nicht gerade die größten YouTuber werden. Wir machen das so Hobby mäßig und so, weil es uns Spaß macht. Aber es wäre schon noch cool und nett so, wenn man da so mehrere Abonnenten hätte und dann so ein bisschen Community zu haben und alles. Und ja, das war's. Ich hoffe, es hat dir gefallen und jetzt kommt dann noch so Videomaterial, das Imeria zusammenschneidet. Ja, bis vielleicht, wenn wir uns mal hören oder chatten oder so. Tschüss.